Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider der liebe Ascension. Leute, ich bin dabei. Ich bin in Köln. Es geht. Es ist einfach nur unnötig. Leute, wir spielen heute gemeinsam Death Run von Scissors. Und das soll angeblich die härteste Fortnite Jump'n'Run-Map sein, die es jemals gegeben hat. Danke, alle Live-Chat, die gerade dabei sind. Tobi, wir sind nicht live. Halt die Fresse, okay? Wir wechseln uns ab, nachdem wir gestorben sind. Ich bin mal gespannt, ob wir diesen Parcours überhaupt schaffen. Es gibt nämlich Leute, die haben es bis dato noch gar nicht geschafft. Ja, ich bin mal gespannt, ob du... Ja, guck mal, du... Also... Gut, ich würde sagen, wir setzen den ersten Spawn-Point hier, wir rennen direkt mal durch. Ich bin mal gespannt, Alter, wie das aussieht. Das ist so ein bisschen wie Castle Rush tatsächlich. Geh nach oben. Oh. Also, man sieht hier auf jeden Fall schon... Ach, das ist wie immer... Wie schlecht. Hast du überhaupt flärt das? Nee, ich bin einfach nach vorne gegangen. Hast du vergessen, ne? Ist immer wie immer, ne? Meine Güte, Alter. Okay, also, man sieht hier auf jeden Fall schon... Wir haben drei Stunden Zeit dafür. Ganz ehrlich, Tobi, ich glaube fast schon, dass das hier... Alter, den hätte ich jetzt nicht geschafft, den zwei... Oh! Alter! Muss man die durchjumpen? Ich versuche den einen Part mal. Wir machen immer ein Level, versuchen wir durcheinander, okay? Okay. Okay, weil ich glaube, wenn wir es jetzt die ganze Zeit abwechseln beim Sterben, ist es einfach zu stressig. Ja, ja, klar. Verstehe ich. Hä? Willst du gleich immer weiterhelfen? Ja, ich glaube, das ist der Trick, oder? Ja, nein, mach... Es ist nicht wie in Minecraft, dass du so hin und her hilfst. Mach doch mal schlagen, während du springst, und dann springst du weiter. Hat nicht geholfen. Ich bin... Also, ist nichts gegen dich persönlich als Mensch, aber die erste Challenge nicht zu schaffen, das ist echt scheiße. Also, ganz ehrlich. Jetzt pass auf, du musst genau am Eck abhüpfen und genau zu dem Eck springen. Ja! Der ist nicht weit, den schaffst du easy. Ja. Oh, nicht so. Oh! Okay, nice. Start, okay. Du bist dran, Digga. Jetzt kommst du, jetzt geht's ab mit Eis, Alter. Alter, das ist schon richtig so. Das ist, also, okay. Okay. Alter, was geht mit deiner Sense ab? Achso, mit Eis! Stopp! Das war unfair, das ging viel schnell los. Ach, der war's. Jetzt pass mal auf, das war ja unfair. Okay. Weil bei dir war kein Eis. Achso. Ja, klar, klar, klar. Ich hab ein Video gesehen, wo ein Typ, das innerhalb von vier Minuten den ganzen Parcours durchspielt. Vier Minuten. Ja. Ja, aber wenn ich im Leben nichts besser jetzt zu... Aber echt jetzt? Der springt echt nicht. Ich weiß, dass du... Ich weiß, dass du meinst. Der ist gerade echt nicht gesprungen. Ja, irgendwie ist es seltsam, ne? Ja, ich glaube, das liegt an dir. Ja, ja, ich glaube auch. Machst du einfach kurz. Was ist das nochmal, Bruder? Warte. Ich mach einfach mal so. Stark, stark, stark. Oh, ich bin so ein Pro. Wohin? Da hoch, da hoch, da hoch. Okay, pass auf. Lass das Eis, lass das Eis runter coolen. Warte, ich kann Gleiter hernehmen. Ich kann das Spiel, ich kann das Spiel pranken. Ist ja dann unfair eigentlich, ne? Wirst du das Eis weglassen, oder? Das Eis? Oder hättest du es gebraucht? Ich weiß es nicht. Mann! Das ist schon echt abgefragt, oder? Das ist unendlich schwer. Ich muss ja komplett bis nach Aserbaidschan hüpfen. Ja, normal, komm, normal. Let's go. Das ist Level 2, Digga. Wie können wir so hart verkacken gehen? Was? Ja, dieser ekelhafte Lifehack, Alter. Nein, das war legit. Digga, aber es war ein guter Plan eigentlich. Nein, Digga, es wird jetzt hier nicht gecheatet. Den Part hab ich schon geschafft. Da hat er sich aber was einverlassen können dagegen. Okay, das Eis brauch ich niemals, Digga. Ich komm niemals da hoch, sonst. Es ist echt schwer. Versuchst du mal. Es ist echt schwer. Oder schaffst du rüber mit Gleiter? Meinst du? Das könnte auch klappen, oder? Ja, das geht. Ja, Mann. Okay. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Ja. Ach, ja. Oh! Ah! Okay, mach du wieder. Mach du wieder. Aber du hast gesehen, es geht, es geht, es geht. Ja, stark, stark, stark. Bouncer! Okay, pass auf. Wohin muss... Hä? Da. Was? Du musst auf den drauf. Aber ich kann Gleiter machen. Oh, ja. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht. Ich muss da aufpassen, dass du oben nicht dran bist. Oh! Jawohl! Ja, Junge! Nice, 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 nice. Okay, weiter, weiter, weiter. 4-Minute-Jub-Run, Leute. Ihr kennt es. Du bist. Okay. Alter, die war aber... Ja, gut. Ich glaub, wir haben ein bisschen gecheatet, aber das... Glaube ich nicht. Hä? Was ist das? Ja, gut, auch mit Gleiter bist du hier wohl an der Fallstraße. Okay, aber wie muss ich dann... Hä? Wie komm ich denn da durch? Der muss doch mit Gleiter, oder? So, guck mal hier, du meinst jetzt hier gegen die Wand und dann da drauf, oder? So. Unmöglich. 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 Okay, pass auf. Wie würde normal denken, der Mensch ist dieses Parkour durch? Hier und dann da drauf. Guck mal. Ja. Ich bin sogar zu... Hast du nicht zurückgedrückt? Nee. Hast du noch nie gemacht? Nee. Das geht. Du kannst in der Luft bremsen. Okay. Stark, stark, stark. Nein, das geht niemals hier rüber, Alter. Was wird hier gelacht? Oh. Alter, dein Ellbogen war schon wieder so kurz vor... Mach jetzt einfach. Okay. Was war das eigentlich grad? Bum, bum. Okay. Pass auf. Gegen den hier? Überleg erstmal. Du kannst Gleiter aufmachen ab dem da. Das heißt, Todaho... Du machst das, ich nicht. Hier zu dem hier, glaub ich. Und dann... Da, da. Und dann da. Okay, soll ich's versuchen? Versuch. Neeein! Neeein! Egal. Aber warte mal. Jetzt wissen wir, wie's geht. Wir wissen, wie's geht. Ja, wir haben's beide herausgefunden. Ja. Komm mal lieber hier in den Facecam wieder rein. Okay. Mach du. Boah, der Druck ist echt immens jetzt auf mich. Wirklich. Ja! Ja, Junge! Teamwork, Bruder! Hau mich auf! Teamwork! Und das ohne Sound. Stage 4, Alter, endlich! Wie hat der's in 4 Minuten geschafft, Digga? Wahrscheinlich hat der's auch mit... Oh! Ah! Waaat! Was? Was? Warte, warte! Was? Was, Junge, was? Digga, warte mal. Hoch! Ah! Du musst drüber, du musst drüber. Hier ist, hier ist Ende. Du kommst nicht drüber. Ja, das Ding ist halt, das Ding ist halt... Aber ich darf dann automatisch meinen Fallschirm. Ja, ja. Das ist das Problem. Ah, aber nee, wenn du am Boden bist, bist du dann nicht. Andere Richtung. Erstmal wieder die 4. Achtung, ich... Hier hoch! Und jetzt weiter! Du hättest da rechts hin, weißt du? Ah, jetzt hättest... Ah, okay, okay. Boah, krank, Alter. Junge, 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 Junge. Das ist auf jeden Fall nicht so eklig wie das eben. Oh, chopp! Einfach chopp! Nein! Aber war schon mal gut, war schon mal gut, war schon mal gut. Du schaffst das auch so, oder? Ja, ich glaube, ich schaff den, ich glaube, ich schaff den. Ja, ich glaube, ich schaff den. Fuck, bin hängengeblieben. Okay, man muss direkt rechte Seite, man muss direkt rechte Seite grinden. Kann man das bisschen hängengeblieben einfach rausschneiden kurz, dass man einfach sagen kann, du bist hängengeblieben. Fuck, bin hängengeblieben. Hängen geblieben! Bleib einfach rechts, jetzt jump, jump. Oh, oh, nein! Aber der war gut, der war gut. Boah, stark, Junge, stark, stark, stark. Hast du gar nicht stark zu dir selber gesagt? Natürlich, bin ich ja auch. Kann man hier was rüber? Hallo Leute, ich bin's, es ist Cation. Jetzt. Komm, schaffst du, schaffst du. Wenn ich jetzt den First Try schaffe, 50 Euro. Weiter, bliege einfach weiter. War schon mal echt stark. War schon stark, war schon stark, ey. Zack, hier, zack. Ja, 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 komm. Nein! Oh, der ist stark. Ah! Das darfst du nicht sagen! Ist stark, darfst du nicht sagen. Wo bin ich denn jetzt hängengeblieben? Ich bin hängengeblieben. Hast du geschafft. Nein, hast du nicht. Natürlich. Nein, ich bin der Beste. Nein, ich bin der Beste. Wir sind beide extrem. Okay, wir sind beide. Komm schon, komm schon, Bruder. Ja, Mann! Ja! Hul ihn! Nein! Nein! Was ist das denn? Ich soll nicht das lachen. Ich soll nicht das lachen. Was ist das denn? Nein, das geht nicht. Das ist das letzte, Alter. Das ist das allerletzte. Nein, da kommen noch fünf Level. Oh, der Witz, den hab ich so gerissen. Hast du gerne eine Zuschichte? Au. Oh, da war ein Holz. Aua. Das hätte den, das hätte den wirklich, wirklich... Oh, Spaß. Das hätte den wirklich Glück kriegen müssen. Ehrlich jetzt. Ja, aber vielleicht, wenn du das zweite in die Hand nimmst, nur. Nur in die Hand nimmst. Hast du? Glückshalt, ja! Nein, den hab ich aufgemacht! Nein! Ja, komm. Komm, pass auf. Weißt du, was dein Plan ist? Was denn? Hier hin, hier hin. Dann hier den Grind grabben und dann hier weiter. Hoch. Hinter. Ja! Alter, nice, Mann! Zum Glück gleich ein Checkpoint. Okay, Level 4 jetzt, komm. Next Level. Oh. Oh, der ist geil. Ja, it's locked, it's locked, it's locked. Ja! Nein! Achso. Hat das aktiviert? Hat das aktiviert? Sag bitte, es hat aktiviert. Sag bitte, es hat aktiviert. Bitte. Ja! Oh mein Gott, Alter. Okay. Was haben wir hier? Alles klar. Nochmal, Tobi. Es gibt nen Kerl, der hat das geschafft, ohne einmal zu sterben, ne? Ne, das hab ich auch. Hö? Warte mal, wenn du es da entlangläufst, diese Lied. Warte mal. Kannste. Hö? Hüpft da hin. Ja, genau. Und jetzt hüpft er hoch. Und jetzt hüpft er hin. Oh! Ja. Hier kannst du nicht. Er hat nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen! Ich schwöre, ich hab bei Jump'n'Run immer, dass meine Leertaste nicht gut ist. Achso. Das war bei Minecraft schon so. Was ist das denn? Den kann versuchen. Okay, pass auf. Hö? Der Gleiter ging nicht auf. Die Leertaste. Mensch. Es ist wirklich echt ein Kratzstick. Sehr schön. Soll ich dir was zeigen? Der Jump ist schon eklig. Ja, so. Geht. Ah! Da war ich oben. Was für ein Schrei? Bist du runtergesprungen? Hast du nochmal gedrückt? Ich bin runtergerutscht quasi. Also ich war oben, aber ich habe halt nicht aufgehört zu laufen. Meinst du, wir schaffen dieses Level? Nee. Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns einfach mal im nächsten Part. 20.000 Likes, dann spielen wir den Müll hier weiter. Ich hasse mein Leben, Alter. Schau bei Tobi vorbei. Das war's für dieses wunderschönen Video. Macht's gut, Leute rein. Ciao. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.